Hallo, darauf freue ich mich schon sehr auf den nächsten G8-Gipfel der Rocket Beans. Freitag, 18. Dezember, ab 15 Uhr, 8 Stunden lang bis 23 Uhr. Ich nehme daran teil. WB, Writing Bull und mit mir sieben andere. Vier Leute von den Bohnen, nämlich Budi, Ede, Nils und Simon. Außerdem Vorjahres- und Vorvorjahres-Sieger Holger, Maurice Weber von der GameStar und Dennis Brammen von den Pietz mit und ich halt. WB, Writing Bull. Das dritte Mal in Reihe, dass ich jetzt daran teilnehmen kann, freue mich sehr drauf. Ich bin ja als Twitch-Screamer und YouTube-Videomacher spezialisiert auf aktuelle Strategiespiele. Besonderer Fokus bei mir auf 4X-Spiele, also auf solche, wo man eine große Welt, in der Regel im runden Takt, entdeckt und besiedelt und Forschung betreibt, Diplomatie und so weiter, wo man sich so richtig strategisch austoben kann. Civilization, mein ultimatives Lieblingsspiel, Civ VI, streame ich und let's playe ich auf YouTube rauf und runter. In der Regel immer zwei Let's Plays parallel, immer auf Gottheid, höchster Schwierigkeitsgrad. Es ist selten, dass ich mich mit richtigen Menschen und nicht nur mit der Maschine, mit der KI messe. Diesmal mache ich das aber sehr gern und freue mich auch sehr drauf. Was ich euch in diesem Video jetzt vorstelle, ich werde euch die Karte zeigen, nicht ingame, wie sie aussieht. Die habe ich zwar bei mir schon auf dem Rechner, aber ich zeige euch das Vorschaubild, das die Rocket Baggins bereits veröffentlicht haben. Ich gehe mit euch die acht Zivilisationen durch, die im Spiel vertreten sind, erzähle euch, wer wen spielt und erzähle euch auch, was die besonderen Stärken und Schwächen sind, ob die nach meiner Einschätzung gut geeignet sind für die besondere Herausforderung dieses Spieles, wie man das eventuell taktisch angehen müsste, damit die sich hier entfalten oder was die anderen machen müssten, um die ein bisschen einzuhegen. Ich bin immer gespannt, wie das dann in der Praxis läuft. Ich selber scream übrigens auch. Also das Ganze läuft auch bei den Rocket Beans natürlich, bei denen, auf deren Web-TV-Sender und außerdem bei mir auch noch, bei mir auf Twitch, unter meiner eigenen Perspektive. Das heißt, üblicherweise der gesamte Rocket Beans-Stream läuft halt so ab, dass mit der sogenannten Spectator-Motte gespielt wird. Das ist eine Modifikation aus dem Steam Workshop, die es einem erlaubt, als neutrale Fraktion auf der Karte zu entstehen, zu spawnen, selber nicht mitzuspielen und zu kämpfen, aber alles sehen zu können und alles auch zeigen zu können, bei einem Stream zum Beispiel. Das heißt, die Leute aus der Regie bei den Rocket Beans geleiten über die Karte hinweg, als sogenannter Spectator, als Beobachter, können halt auch mal dort uns über die Schulter gucken, zeigen das aus dieser Perspektive beim Stream und ziehen wahrscheinlich zwischendurch über uns her, über unsere Kriege, über unsere Fäden oder vielleicht auch über unsere diplomatische Liebeleien, wer weiß. Ich selber zeige meine eigene Perspektive. Das heißt, der Rest ist im Frog of War im Kriegsnebel. Als Ergänzung zeige ich das bei mir auf Twitch und zeige, wie ich mich so allmählich auf der Karte vorkämpfe, auf wen ich wann treffe und habe den Ton allerdings von allen drauf. Also nicht nur, wie ich da in der... Es ist nicht nur so, dass ich da zu sehen und zu hören bin, sondern ich habe den Gesamtton von allen drauf, dass man auch mitbekommt, wem ich gerade ein Schwätzchen halte oder was die anderen zueinander sagen. Könnt ihr euch wahlweise anschauen, bei dem einen, bei einem anderen Stream oder mal hin und her switchen oder wo auch immer, wie ihr möchtet. Link auf meinen Twitch-Kanal gibt es direkt hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube. Und ich habe auch klingeln gehört, der ein oder andere Mitspieler wird das in ähnlicher Weise machen, aber das müsst ihr selber rauskriegen. Das weiß ich gar nicht so hundertprozentig und genau, wer das von denen alles macht. So, jetzt stelle ich euch aber alles vor. Zuerst mal ein Blick auf die Karte. Schaut mal, die Karte... Wisst ihr, wer die Karte gebaut hat? Liebe Grüße an unseren Eisdrachen, Mitglieder aus meinem Community-Forum, community.writingbull.de. Ich habe parallel zu YouTube und Twitch noch ein Community-Forum, das ich betreibe mit etwa 3.500 Mitgliedern, viele begeisterte Civilization-Fans, die dort auch regelmäßig sich treffen zu Multiplayer-Matches und sich richtig gut auskennen. Und unser Eisdrache hat übrigens auch schon beim letzten Geacht-Gipfel und jetzt auch auf meine Vermittlungen den Rocket Beans die Karte gemacht. Das ist die Karte, die ihr als Vorschaubild im Hintergrund seht. Und vielen von euch, die nicht so totale Civ-Fans sind, wird das alles gar nicht so sagen. Die sehen da ein paar Punkte, ein paar Farbklecks und fragen sich, worum es geht. Das kann ich euch immer gleich mal ausschlüsseln, aufschlüsseln, weil als halbwegs erfahrener Civilization-Spieler weiß man, was das darstellt. Das mache ich gleich und außerdem stelle ich euch die einzelnen Zivilisationen vor und wir gucken mal, wer wo da spawnt und was es dann taktisch bedeutet. Erst mal ganz grob, was die Karte bedeutet. Ihr seht, die besondere Herausforderung ist diesmal, dass die Siegvariante eine andere ist als vorher. Vorher wurden Punkte gezählt. Das heißt, wer am erfolgreichsten auf eine vage und allgemeine Art und Weise bei den vorigen Gipfeln gespielt hat, das heißt, wer besonders viele Städte gegründet, Zivilisationen niedergemacht, Städte geplündert, Einheiten gebaut, Forschung erreicht hat, Welthunder gebaut, Religionen gegründet, Pipapo alles auf die, das alles hinbekommen hat. Der generiert immer Punkte im Laufe der Partie, die werden ingame eingezeigt, die haben die Rocket Beans ausgelesen und dann immer eine aktuelle Rangliste gemacht, wer gerade vorne liegt. Das ist mäßig spannend, weil das belohnt eigentlich eher eine Spielweise, wo man nicht unbedingt so aggressiv spielt und Leute aufmischt und da gibt es nicht unbedingt schnell Action. Also da kann man auch gewinnen, wenn man sich einfach so sein eigenes Ding macht, im Spiel versackt und in aller Ruhe alles aufbaut und nicht so viel Wert legt auf Spektakel und Unterhaltung. Das läuft hier anders. Eisdracher hat den Rocket Beans das vorgeschlagen. Die fanden das sehr cool. Danke, dass Dennis das aufgegriffen hat. Und das ist diese spezielle Karte mit diesem speziellen Modus. Diese donutformige Karte hat in der Mitte eine Wüsteninsel. Und auf dieser Wüsteninsel ist ein Stadtstaat. Und diesen Stadtstaat gilt es zu halten. Je länger man ihn hält, desto mehr Punkte bekommt man. Diese Punkte zählen die Rocket Beans mit und veröffentlichen daraus halt eine laufende Rangliste. Und wer am Ende der Partie die meisten Punkte bekommen hat, also diese Stadt in der Mitte am längsten gehalten hat, der hat gewonnen. Und das, das garantiert Action und Spektakel. Wer am Anfang ein bisschen zu lange sich zurückhält, vornehmen, hat unter Umständen zugelassen, dass irgendein Gegner sich in der Mitte schon eingebunkert hat, die Stadt eingenommen hat und die dann hält. Und das Halten einer Stadt ist immer einfacher als eine Stadt zu erobern. Es sei denn, das ist die andere Variante. Von allen Seiten stürzen sich alle anderen plötzlich wie ein rudelhungriger Wölf auf einen drauf, weil die Damen und Herren Mitspieler, in dem Augenblick, mir fällt gerade auf, wir sind nur Herren, schade, finde ich persönlich, dass die ganzen Herren Mitspieler plötzlich entdecken, dass sie ein gemeinsames Interesse haben, nämlich denjenigen, der in der Mitte sitzt, zu erwischen und ihm den Hals abzuschneiden. Wobei nur einer von denen, die ihn dann gesammelt angreifen, wiederum die Möglichkeit hat, diesen Stadtstaat dann auch final zu besetzen und dann wiederum zu halten gegen die Neuen, die kommen. Man kann Bündnisse auf Zeit schmieden, aber keine Bündnisse auf Dauer. Man kann spieltechnisch Allianzen schmieden, man kann sich zusammentun, aber das ändert nichts daran, wie die Punkte von den Rocket Beans gezählt werden. Nur einer kann gewinnen, derjenige, der am Schluss diesen Stadtstaat am Ende aller Rundenzeiten am längsten gehalten hat. Wir spielen dabei mit einem Rundentimer, das ist ein dynamischer Rundentimer, der passt sich an, an das Geschehen auf der Karte. Das heißt, je mehr passiert, je mehr Städte Einheiten da sind, wenn Religionen da sind, wenn Spieler rumtüfteln müssen an einem großen Reich und je mehr das machen, desto länger läuft die Zeit ab, bis der Rundentimer erbarmungslos auf Null runtergetickt hat und gesagt hat, jetzt geht es eine Runde weiter, egal ob du und du und du fertig sind mit der Runde oder nicht, egal ob ihr alle Züge gemacht habt, jetzt klicken wir eine Runde weiter. Küniflige Herausforderungen, insbesondere für die Leute, die das Spiel noch nicht so gut kennen, das ist echt heftig. Also in-game jetzt erstmal sich in aller Ruhe anzugucken, was bedeutet eigentlich was, die in-game Zivilopädie, die Enzyklopädie aufzurufen und sich zu informieren, was funktioniert wie, das ist schwierig. Also ein Rundentimer führt dazu, dass es für euch, für euch Zuschauer, ein Spektakel wird, dass man weiter vorankommt, dass es immer wieder auch überraschende, zufällige Ereignisse gibt, weil irgendjemand einen Plan hatte und es dann doch nicht schafft, den umzusetzen. Aber es führt auch dazu, dass die etwas besseren Spieler etwas bevorzugt werden, das muss man ganz offen einräumen. Und es gibt auch erhebliche Leistungsunterschiede, einfach aufgrund der Spielerfahrung zwischen uns acht Spielern. Wie ist die Karte weiter zu lesen? Also drumherum ist halt dieses Donutformige Land und ganz grob aufgeteilt. In der Mitte die Hüsteninsel, die hellblaue Farbe, das ist Küstengebiete, die sind frühzeitig mit Schiffen befahrbar. Und die dunkle Farbe, das sind Ozeanfelder, das dunkelblau, die sind erst später im Spiel befahrbar. Wie lange wir genau kommen, bis zu welcher Epoche, kann niemand genau sagen. Am Anfang kann man gar nicht ins Wasser. Irgendwann kann man mit Handwerkern ins Wasser, also mit den unbewaffneten Bauarbeitern, die ja leicht gekidnappt und gefangen genommen werden können, irgendwann dann auch mit anderen Landeinheiten. Es gibt bestimmte unserer Zivilisationen mit Spezialschiffen, mit Spezialfähigkeiten, die haben dann Vorteile, schauen wir uns gleich gemeinsam an. Und dann seht ihr auch solche Fjorde, die eingeritzt sind. Das heißt, bei mehreren dieser Startpunkte gibt es die Möglichkeit, dass man vom Landesinneren aus, wenn man da eine Stadt hat, durch diese Fjorde, durch diese langgezogenen Buchten hinaus, schneller vorwärts und vorankommen auf die Insel. Die Startpunkte, die für die Spieler relevant sind, sind die, die nicht schwarz sind, also wo der äußere Ring nicht schwarz sind. Die also nicht in der Mitte einen farbigen roten oder pink oder gelben Punkt haben und drumherum halt diese sechs, sieben, sechs verschiedenen Hexfelder, drumherum die schwarz sind. Diese sind alles die Stadtstaaten, also neutrale, kleine Reiche, die nur aus einer Stadt bestehen, die auch keine neuen Städte gründen können und die als neutrale Dritte auf der Karte sind. Aber alles, was so farbig ist, in satten Farben angezeigt wird, das sind die Punkte, wo die Spieler starten. Und das kann ich euch gerne zeigen. Ich weiß auch, wo ich selber bin. Unter der Voraussetzung, dass Eisdrache, und das weiß ich nicht, ist zwar bei mir aus dem Forum, aber hat mir natürlich nichts erzählt. Das wäre völlig unsprachlich. Unter der Voraussetzung, dass er die üblichen Farbzusammenhänge benutzt hat. Also falls die Farben dem entsprechen, was sie normalerweise bedeuten bei Civilization, kann ich euch jetzt sagen, welcher Spieler mit welcher Zivilisation wo spawnt. Und das mache ich jetzt. Einverstanden? Ich beginne mal mit mir selber. Ich spiele die Ungarn. Ich spiele Matthias Corvinus. Da gibt es auch ein langes Let's Play, das ich schon gemacht habe mit Matthias. Ich glaube sogar auf Gottheit. Aber KI und menschliche Gegner. KI und HI, künstliche und humane Intelligenz, das ist schon ein großer Unterschied. Wir beginnen, wir Ungarn, rechts oben im Nordosten. Das ist dieser orangefarbene Punkt mit dem grünen drumherum. Das sind wir Ungarn. Dann gehe ich mal im Ohrzeuge, es sind alles durch. Und danach erzähle ich euch die Stärken und Schwächen. Darunter seht ihr so einen roten Punkt. Und drumherum ist es dunkelgelb. Das sind die Sküten unter Tomyrus, so heißt ihre Königin, gespielt von Budi, von den Rocket Beans. Eine sehr aggressive Zivilisation. Hören wir uns gleich im Detail an. Dann drüber sind zwei Stadtstaaten, wie gesagt. Dann noch ein Stückchen weiter runter, ein Stadtstaat. Übrigens die Stadtstaaten mit dem gelben Punkt, darin kann man es erkennen, sind Stadtstaaten des Typus Handelsstadtstaaten. Das heißt, wenn man da Gesandte hinschickt, die geben die Geld. Stadtstaaten, die einen roten Punkt in der Mitte haben, sind militärische, solche mit einem weißen Punkt, sind religiöse und so weiter und so fort. Das heißt, die geben besondere Boni, wenn man Gesandte reinschickt. Und wenn man dort Suzeren ist, also mindestens drei Gesandte vor Ort hat und immer ein Gesandter mehr als jeder andere, dann hat man dort einen Suzeren-Status und dann hat man noch besondere Boni, individuelle Boni, die dieser Stadt stattgibt. Und das ist vor allem für mich relevant. Da erzähle ich euch gleich noch weiter. Also, darunter sehen wir unter den Esküten mit Tomyrus ein bisschen weiter Richtung südwestlich. Der grüne Punkt in der Mitte, der weiße drumherum, das sind die Osmanen unter ihrem Herrscher Süleyman, gespielt von Brammen von den Pizmet. Dennis sitzt also direkt darunter und hat ebenfalls eine sehr militärisch geprägte Zivilisation. Das sind drei ziemlich gute militärische Zivilisationen nebeneinander. Der Rheinach, noch weiter. Dann gehen wir ein Stück Richtung Westen, wieder ein Stadtstaat ganz unten und dann schräg da drüber auf der linken Seite. Das sind die Inka unter ihrem Anführer Pachacutec. Oder wie ich gerne zu sagen pflege, DJ Pacha, weil das ein sehr selbstbewusster, stämmiger Bursche ist mit einem dicken Goldklunker, der eben vor der Brust baumelt. Deshalb sage ich immer, das ist der erste Gangster-Rapper der Weltgeschichte. Das ist DJ Pacha. Und gespielt, übernommen von Simon. Von Simon von den Rocket Beans. Darunter wieder ein anderer Stadtstaat und dann ganz im Westen der gelbe Punkt und das rote Dorma rum. Das ist Kongo von Ede, auch von den Rocket Beans gespielt, unter dem Herrscher Nvemba Adzinga. Und der wird schwer. Nicht weil er Ede ist, sondern auch wegen, erzähle ich euch gleich der Reihen nach. Also das ist sehr unterschiedlich, wie die einem nutzen und ob die einem eher helfen, wenn man ein guter oder ein schlechter oder ein unerfahrener und ein erfahrener Spieler ist. Also das könnte haarig werden. Einfachheit ist links oberhalb von ihm Nils von den Rocket Beans. Der spielt die Römer unter drei Jahren. Das ist eine Allrounder Zivilisation und die gerade früh im Spiel und gerade in der Spielherausforderung echt Vorteile hat. Also ganz ernst zu nehmen. Zwei Fehler noch. Wir gehen noch weiter nach oben. Der rote Punkt ganz links oben an der Küste und zwar auf der Außenseite der Küste. Das sind die Norweger. Das sind die Wikinger. Harald Hardron, der ist ihr König und in seinen Körper hineingeschlüpft. Der Körper dieses bärtigen Berserkers ist diesmal Holger. Passt alles perfekt. Vorjahresieger Holger. Alter Ego. Avatar und Mensch. Passen, finde ich, gut zusammen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Bursche. Der hat große Vorteile auf dem Wasser, ist aber Gott sei Dank, um Gottes Willen, immerhin auf der anderen Seite gespawnt. Hier. Das heißt, er ist auf der äußeren Seite und wird es schwer haben, sofort, später schon leichter, aber sofort erst mal vorzudringen, auf die Insel in der Mitte. Jetzt der Rhein. Da haben wir uns nochmal alles angeguckt. Okay? Das ist die Übersicht. Ich habe das mal alles eingestellt, alle im Spiel. So mal testweise, dass wir uns zusammen anschauen. Das sind meine Ungarn. Matthias Korvinus. Und die haben halt den großen Bonus. Die sollten versuchen, ich werde versuchen, mit Stadtstaaten gemeinsam, gemeinsame Sache zu machen. Weil wir riesige Vorteile haben, wenn wir Stadtstaaten dominieren, als so zerrennen und deren Truppen ausheben. Das können wir erstmal, erstmals kostet uns viel weniger Gold und weniger Ressourcen, die im Laufe der Zeit zu halten und die zu verbessern. Also die aufzurüsten zu besseren Einheiten. Das kostet uns ein Klacks viel weniger als sonst. Und wir können Stadtstaaten, denen wir einmal so zerrennen sind, auch leicht halten. Weil wir immer dann, wenn wir einmal Truppen ausheben, das geht dann. Das ist eine einmalige Goldprämie. Danach läuft das für 20, 30 Runden, je nach Spielgeschwindigkeit, glaube ich. Und beim Ausheben dieser Truppen bekommen wir zwei Gesandte extra. Wir würden die Truppen, die wir ausgehoben haben, verlieren in dem Augenblick, wo irgendein anderes großes Reich einen Gesandten mit uns auf einem Level ist mit den Gesandten. Also selber Gesandte reinschickt und unseren Sozeren-Status überschreibt. Dafür muss die neue Zivilisation noch nicht mal so zerrennen werden, also noch nicht mal einen Gesandten mehr haben, sondern nur auf einem Level sein. Das reicht schon aus. Und dann würde ich die Truppen, die ich hier rekrutiert habe, auf einen Schlag wieder verlieren. Alles Geld wäre weg, das ich einmalig ausgegeben hätte. Es wäre weg. Ansonsten könnte ich die Truppen steuern. Dieser Mechanismus, dass man zwar gratis Gesandte bekommt, wenn man Truppen aushebt, die steckt man natürlich dann sofort in diesen Stadtstaat, sind die wieder drin. Und die helfen einem, verlässlich zu planen und diesen Stadtstaat länger zu halten. Und mit den Truppen, das kommt noch dazu, die kann man auch schneller an die Front bringen, weil unsere ausgehobenen Einheiten in den Stadtstaaten haben zwei Fortbewegungspunkte mehr. Das heißt, wir können die schneller auch von weiter her Richtung Feind, Richtung Front oder in unsere Heimat bringen. Und die haben fünf Kampfstärke mehr. Das heißt, Truppen desselben Typs, ob ich die nun selber generiere oder ob ich mir die ankaufe, anheure als Söldner von einem Stadtstaat. Die zweiten Truppen sind sogar stärker. Die sind schneller unterwegs, kaum stärker, als die, die ich selber produziere. Ich sollte also versuchen, viel Geld zu bekommen. Das wäre ganz gut. Dann, ich mache das nicht überall jetzt so episch breit, aber ich werde selber ja die Ungarn auch spielen. muss ich darauf achten, dass ich bei einem Fluss siedle und da baue. Das sollte auch eigentlich ganz gut klappen. Ihr seht diese kleinen blauen Schlingeln, diese Schlingen, die es auf der Karte gibt. Wir Schlingeln nutzen die, aber es sind doch lieber Schlingen. Das sind Flüsse, die dort laufen und ich sollte eine Möglichkeit an diesen Flüssen auch siedeln und sollte das so hinbekommen, dass ich dann auch wirklich in einer solchen, also auf der Innenseite einer solchen Flussschlinge bin, weil alle Bezirke, die ich auf der gegenüberliegenden Flussseite hinbaue, also direkt neben dem Stadtzentrum, aber auf der anderen Seite des Flusses, die kann ich deutlich schneller bauen. Genau, in 50 Prozent mehr Produktion bekomme ich, wenn ich die errichte. Dann, falls ich erst mal es so machen sollte, ich will mir ja nicht zu lange die Karten reingucken lassen, zu früh, aber falls ich erst mal bildern würde und ein kleines Reich aufbauen würde, bevor es dann zu, bevor ich dann zuschlage, dann hätte ich auch einen Vorteil durch das Thermalbad, das ist ein spezielles Gebäude, das ich errichten kann auf meinem Unterhaltungsdistrikt und dann durch die Unterhaltungsdistrikte gibt man mehr Annehmigkeiten, die Bevölkerung bleibt zufriedener, bleibt auch produktiver, man kann auch Kriegsverdrossenheit dadurch wegdrücken und man bekommt auch mehr Produktion in der Stadt, wo dieses Thermalbad ist und auch in den anderen Städten drumherum, sofern die Stadtgebiete nicht mehr als sechs Geländefelder von diesem Thermalbad im Unterhaltungsdistrikt entfernt sind. Es ist nicht alles gleichermaßen für diese Herausforderung interessant, für uns relevant wären, die kommen sicher noch ins Spiel, denke ich mal, ist die Schwarze Armee eine einzigartige Einheit des Mittelalters, leichte Kavallerie ersetzt bei uns den Renner und ist zwar genauso kampfstark wie die normale leichte Kavallerie, allerdings bekommt sie für jede dieser Söldnereinheiten, die ich von dem Stadtstaat anhebe und die neben mir steht, neben der Schwarzen Armee drei Kampfstärke dazu. Das heißt, wenn man die in Rudeln nach vorne führt in einer großen Kavalleriearmee, eine unserer Schwarzen Armeen umzingelt von anderen Truppen herum, ist die besonders kampfstark. Ob das so wichtig ist, weiß ich nicht, aber es ist nicht unbedingt so wichtig für den Angriff auf den Stadtstaat, aber zumindest um vielleicht Nachschubwege bei den Feinden zu attackieren oder andere Bösartigkeiten zu machen. Das haben die Ungarn drauf. Dann eins weiter im Südosten von mir, ich hatte es eben auf der Karte gezeigt, Tumyrus und ihres Küten von Budi und das ist von Budi gestreut und das ist gerade für, wir kommen ja nicht die ganze Partie durch. Ich weiß nicht, wie lange es läuft mit einem Rundentimer. Wir starten in Antike, Klassik auf jeden Fall. Wir spielen mit einer schnellen Spielgeschwindigkeit. Wir produzieren schneller, wir forschen schneller, aber wir kommen nicht bis zum Ende der Partie vor. Wie lange, weiß ich nicht. Mittelalter, Renaissance, ich vermute Renaissance, acht Stunden Spielzeit mit Pausen, ich kann nur spekulieren. Und das ist halt eine Zivilisation, die hat bestimmte Boni, die helfen in der frühen Anfangsphase, um sich Platz zu machen, aber andere Boni, die helfen auch die ganze Partie durch und das sind kriegerische Boni, die einem auf jeden Fall helfen. Ihr werdet gleich noch sehen, dass es auch andere Zivilisationen gibt und andere Kollegen, die hier spielen, die haben deutlich mehr Pech gehabt. Also Budi hat hier echt eine gute Zivilisation für diesen Zweck erwischt. Hier, schlechter von Kyros, unsere Einheiten, die skytischen Einheiten sind besonders kampfstark, wenn sie verwundete Gegner angreifen. Das heißt, wenn sie einen meiner ungarischen Truppen, die ja direkt neben ihnen spawnen, angreifen und die haben nur einen Trefferpunkt verloren, die haben statt 100 Lebenspunkte nur 99, dann kann eine Einheit von Tumyris mit 5 Kampfstarke extra angreifen und das tut richtig, richtig weh. Und wenn eine solche Einheit einen von meinen Leuten ausschaltet, umbringt, dann wird die Einheit, die angegriffen hat, um 30 Trefferpunkte geheilt. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann man in Serie Leute killen und die ganze Zeit aushalten und gleich wieder weiterkämpfen. Das ist kein sympathischer Anblick für mich, wenn ich da auf Budi blicke und auf seine Sküten. Dann noch ein paar andere Sachen. Folgt der Steppe. Es gibt eine Besonderheit, wenn, ich weiß nicht, ob er Pferde bei sich in der Nähe hat, ich hoffe das mal nicht, ich weiß es nicht. Wenn er Pferdchen hat, kann er leichte Kavalerieeinheiten und berittene Sackenbogenschützen aufstellen, die immer dann, wenn eine dieser Einheiten entsteht, wird ihm eine zweite geschenkt. Das heißt, wenn er mit einer die erste leichte Kavalerieeinheit hat, einen Reiter und die gebaut hat, zack, ist die zweite Einheit ebenfalls da. Die bekommt er gratis geschenkt. Und das betrifft auch seine Spezialeinheiten den berittenen Sackenbogenschützen. Eine Fernkampfeinheit, die schnell unterwegs ist, die in der Klassik kommt, in der zweiten Epoche, die allerdings nur eine kleine Reichweite hat. Gott sei Dank nur ein Geländefeld, aber das kann trotzdem fies sein. Wenn ihm riesigen Beuten auf einen Angeritten kommen, das könnte richtig fies sein. Also das ist nicht so schön für alle, die gegen Budi spielen. Rest lassen wir jetzt mal weg. Nächste Zivilisation, das sind die Osmanen. Das ist Süleyman, das ist Brammen von Pizmied, der spielt die Osmanen. Hier nochmal ganz kurz einen Blick in die Karte. Oben rechts, die Grünen oben, die Ungarn, da drunter, das sind die Sküten und dann ein Stückchen weiter Richtung Südwesten, grüner Punkt in Weiß, das sind die Osmanen, das ist Brammen. Und das ist hier ein bisschen ein gemischteres Bild. Also die Osmanen spielt man normalerweise offensiv, das heißt man versucht so viel wie möglich zu erobern. Das ist eine Zivilisation, die dafür prädestiniert ist, voller militärischer Gewalt auf die Gegner loszugehen und sich systematisch ein großes Reich zu erobern und das auch zu halten. Keine schlechten Voraussetzungen hier für diese Partie. Die haben einen extra Gouverneur, den Großvisier, sie haben eine Spezialeinheit, den Janitscharen und ihr besonderer Fokus liegt auf Belagerungswaffen, also auf Katapulte, Bombarden und was später ins Spiel kommt. Das sind solche Einheiten, mit denen man feindliche Stadtmauern runterbomben kann oder auch dann, wenn dieser blaue Balken, dieser Stadtmauerbalken entfernt ist, dann nach den grünen Balken, den Lebensbalken der Stadt auch besonders schnell runterfeuern kann. Und solche Belagerungseinheiten können die besonders schnell produzieren, die Osmanen. Brammen hat es dann drauf, bekommt ja Produktionsbonus und die sind noch besonders stark beim Angriff gegen Bezirkverteidigung. Das heißt, wenn er da mit einer dieser schnell gebauten Belagerungswaffen eine Stadtmauer angreift, dann hat er noch extra Kampfstärke dabei. Und wenn er eine Stadt erobert, normalerweise ist es ja so, wenn man Städte erobert, es ist schwer, die erstmal zu halten. Die Leute murren, die sagen, oh Gott, wir wurden überfallen, ich misstraue meinen Eroberern. Denn Osmanen tritt jeder voller Vertrauen entgegen oder zumindest voller Angst. Und man bekommt extra Loyalität und extra Annehmigkeiten in den Städten, die nicht von den Osmanen gegründet worden sind. Sprich solchen, die man den Gegnern abgenommen hat oder die man von denen geschenkt bekommen hat oder wie auch immer. Auch hier nicht alles bis ganz runter. Im Mittelalter, die erste Spezialeinheit, die bei ihm relevant ist, ist der Korsat. Damit kann er gut über dieses Binnenmeer rüberziehen zu der Wüstenstadt. Die Einheit ist weitestgehend unsichtbar. Das ist ein sogenannte Marine-Räuber. Das heißt, solche Schiffe sieht man nur dann, wenn man selber mit einem Schiff direkt daneben steht. Das ist sehr hilfreich, um zu plündern, um Handelseinheiten zu finden, zu massakrieren, um gewasserte Einheiten, die rüberziehen und die schlecht bewacht sind, zu erwischen und so weiter und so fort. Dann kann man ein bisschen Angst und Schrecken und Tauer verbreiten auf den sieben Weltmeeren. Das ist bedenklich. Darunter der Yannet Schaar. Der wird erst spät ins Spiel kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das läuft. Das ist der Designersatz für den Musketier stärker, schneller zu bauen. Aber man muss erst mal abwarten. Also, beide Einheiten kommen eher etwas später ins Spiel. Mittelalter, Renaissance. Mal gucken, wie er sich zu Beginn schlägt. Auch die Belagungswaffen sind nicht von Beginn an ins Spiel. Also, er hat keine Zivilisation, mit der er einen Rush erfolgreich durchführen könnte. Zumindest ist er dafür nicht prädestiniert. Dann, die Nächsten, das sind die Inka unter DJ Patscha. Das ist in Stückchen weiter Richtung Westen dann. Das ist der gelbe Fleck mit dem braunen drumherum. Das sind die Inka. Und habe ich auch schon mal geletsplayt. Gibt es auch eine lange Let'splay-Reihe von mir zu. Auch mit Tomyris übrigens, auch mit den Sküten. Und deren Spezialität ist ja, das ist jetzt für dieses angriffslustige Szenario nicht so wirklich doll und gut geeignet, finde ich. Mit den Inka kann man Isolationistisch spielen. Man kann sich total verbarrikadieren. Man guckt nicht nach links, man guckt nicht nach rechts, man macht seinen eigenen Scheiß. Man hat die Handelsrouten, die inländischen Handelsrouten, die also verkehren zwischen den eigenen Städten, nicht mit dem Ausland. Für diese Handelsrouten hat man extra Vorteile. Wenn man viele Berge hat auf der Karte, hat man dadurch auch Vorteile. Ob hier viele Berge sind auf der Karte, schauen wir uns dann an morgen beim Stream. Es gibt eine einzigartige Modernisierung. Das Terrassenfeld, Bürger können nur, nur hier bei den Inka, nur die Inka können auch Berggeländefelder bewirtschaften. Das kann sonst niemand. Berge geben normalerweise gar nichts an Produktionserträgen, wo man da in den Städten keinen Bürger draufsetzen kann. Und Terrassenfeld wiederum Nahrung, Produktion, ein bisschen Puzzeln kann man spielen, kann man ganz tolle Sachen zusammenpuzzeln. Die Fähigkeit ganz unten ist völlig wahrscheinlich ziemlich irrelevant für unsere Karte. Schapak-Nan, das sind solche Gebirgstunnel, die früher bauen können als wir anderen Zivilisationen. Nicht die man durch ein Gebirge, das sonst undurchdringlich wäre und unbegehbar wäre, sich quasi eine Abkürzung nehmen kann. Man kann einen Tunnel durchbauen und woanders wieder rauskommen. Interessanter ist Warak, Warakak. Das ist deren Spezialeinheit im Mittelalter, ersetzt den Plänkler. Der Plänkler ist ein besserer Späher und das ist halt der bessere Speer von denen. Damit kann man die überall auf der Karte rumlaufen und Dinge aufdecken. Aber ob das in dieser Karte ja so relevant ist, wo frühzeitig alles in die Mitte hineinströmen wird, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter. Also insgesamt ist das nicht die perfekte Wahl, finde ich, die Inka zu haben und die spielt Simon von den Rocket Beans, der zwar auch SIF-Erfahrung hat, aber jetzt nicht der super erfahrenste SIF-Spieler ist und ich drücke ihm die Daumen. Dann haben wir noch drin, Vemba at Zinga und es wird leider für den zweiten Rocket Bean, für die zweite Brune, die auch begrenzte SIF-Erfahrung hat, für den guten und lieben Eder, jetzt auch nicht einfacher als vorher für Simon, weil Vemba at Zinga ist eine Zivilisation prädestiniert für ein Kultursieg. Da kann man hervorragend friedliche Kultur- und Tourismus-Siege mit erringen, aber in diesem speziellen Spielszenario, ich weiß nicht. Und es ist natürlich auch eher eine SIF, die besser geeignet ist in den Händen eines sehr erfahrenen Spielers, der sofort schnallt oder die sofort schnallt. Wie kann ich die einsetzen? Was kann ich machen? Wie kann ich hier rumtricksen? Es gibt eine Spezialeinheit in der Klassik, ein ersetzten Schwertkämpfer, kann durch Wald und Regenwald hindurch, Seen und Gehen und ist gut geschützt gegen Fernkampfangriffe. Es gibt einen weiteren Bezirk, der gut ist für Wald und einen Bezirk, der gut ist für Wald und Regenwaldfelder. Viele Bäume, Bäume sind die Freunde in dem Fall von Ede. Die würden ihm sehr, sehr helfen. Und ansonsten ist das eine Zivilisation, die darauf spezialisiert ist, von anderen Religionen anzunehmen. Keine eigene Religion zu gründen, das können die gar nicht, sondern Religionen von anderen reinzuholen, das eigene Reich und Apostel zu bauen, die dazu passen, mit den Religionen zu jonglieren und sich das Schönste und Kultste für sich selber rauszusuchen, um dann am Schluss ganz viele Vorteile zu haben beim Tourismus-Sieg, große Kunstwerke und so weiter zu haben und so weiter und so fort. Das war für diese besondere Herausforderung hier mäßig, mäßig attraktiert. Daumen drücken für Ede, alle Ede-Fans, dick Daumen drücken. Da sind wir hier wieder nochmal kurz auf der Karte, wir sind jetzt gerade angelangt bei Ede, das ist der gelbe Punkt mit den roten Klecksen drumherum, ganz im Südwesten der Karte. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter Richtung Norden auf der Außenseite, auf der Außenküste, der gelbe Klecks in der Mitte und der Violett drumherum. Da hat es jemand einfacher, eine andere Bohne, Nils und hat die Römer und Trajan erwischt. Ich sage üblicherweise, ich werde ganz oft gefragt von Leuten, die bei SIV einsteigen, Wibi, womit soll ich anfangen? Was ist für mich als Einsteiger die simpelste Zivilisation, mit der ich Allrounder-Eigenschaften habe, wo ich sofort durchkomme, die ich sofort kapiere, meine Antwort, wie aus der Pistole geschossen, Trajan und die Römer, schnappt der die? Der hat einfach den simplen Vorteil und da kann man nichts, überhaupt nichts mit falsch machen. Immer dann, wenn eine neue Stadt gegründet worden ist, von den Römern entsteht in der Mitte gratis, sofort ein gratis Stadtzentrumsgebäude in der Mitte. Das ist zu Beginn immer das Monument, das ploppt dann auf, man bekommt sofort Basiskulturerträge, die Grenzen dehnen sich aus der Stadt durch die Kulturerträge, man kann schneller die kulturelle Forschung betreiben, super hilfreich, super hilfreich, kann man nichts mit falsch machen und solange die Städte nicht zu weit entfernt sind von der Stadt, in der Mitte von der Hauptstadt, entstehen sogar automatisch noch Straßen, die diese Stadt verbinden, die neue Stadt mit der Heimatstadt. Dadurch kann man Einheiten viel schneller losschicken, üblicherweise entstehen solche Straßen, die nur darüber, dass man Händler losschickt und die dann manuell bauen lässt von den Händlern, das hat man hier gar nicht nötigt. Das heißt, man kann Truppen schnell von A nach B bringen und das ist hier auf dieser Karte natürlich Gold wert, weil, ihr habt die Karte ein paar Mal schon gesehen, alles will schnell Richtung Mitte, in die Mitte, da muss man hin, das erste Stück auf dem Landweg, das zweite Stück auf dem Wasserweg und dann ist man wieder auf dem Land dann halt. Also und damit macht man, kann man nur sagen, hat Nils Glück gehabt und es kommt noch schlimmer und noch dicker für uns, für seine Herausforderer, er hat den Legionär. Der Legionär ersetzt sind Schwertkämpfer und hat eine Spezialfähigkeit, die, ja, die total hilfreich ist für diese Art von Karte. Ihr seht ja, in der Mitte ist diese, dieser isolierte, diese isolierte, dieser isolierte Stadtstaat auf der Wüsteninsel und die Truppen, die man da hinschickt und die dann vor Ort sind, die müssen sich hier irgendwie verteidigen. Vor dem Beschuss aus der Stadt oder wovor auch immer und seine Legionäre haben Ladungen, so ähnlich wie die Handwerker, das heißt, eine limitierte Anzahl von Befehlen, die sie durchführen können, um ein römisches Militär Militärlager zu bauen, das ist eine kleine Festung. Nicht die stärkste, aber eine durchaus wirkungsvolle, da können sich die Einheiten drin verschanzen, sind zum Beispiel gegen den Nahkampfangriff oder auch gegen den Fernkampfangriff sofort ganz gut geschützt. Das ist das, was der Legionär drauf hat. Das ist so das Wichtigste, ja. Zwei Fehler noch, dann Vorjahres- und vor Vorjahres-Sieger-Respekt. Holger spielt die Norweger unter Harald Hardroder eine auf den Küstenkampf, auf den Schiffskampf und auch auf das Räubern von Küstengebieten spezialisierte Zivilisation. Das heißt, die haben die, erstmal haben die die Fähigkeit, dass die halt mit ihren Schiffen ranfahren können an die Küstengebiete, wo andere sind, wo die vielleicht unschuldige, unbehoffene Handwerker rumziehen haben oder wo die Modernisierung gebaut haben. Die können von Wasser aus dann mit der Küstenräuberfähigkeit sich diese Einheiten schnappen und diese Gebiete da sich schnappen und die zerstören und die plündern und dadurch Glaubens- oder Wissenschafts- oder auch Nahrungserträger, Lebenspunkte sich zu holen oder was auch immer. Das ist richtig fies. Und wenn ihr euch mal anschaut, wo der sitzt, guckt mal, wo der sitzt. Der ist im Nordwesten, roter Punkt, blau drumherum und die letzte Zivilisation, die uns da fehlt, Maurice, Maurice Heber von der GameStar, der ist ein Stück Richtung Osten, der Harald Hardrode, der Holger sitzt auf der Außenseite und auf der Innenseite wiederum sitzt Maurice, sitzt auf der Binnenseite. Das heißt, Maurice obliegt die Aufgabe, entweder Holger zu stoppen oder sein erstes Opfer zu sein. So sieht es aus. Ich kann es nicht anders formulieren. Wenn Holger es schafft, mit den Norwegern und mit seinen Spezialgeschichten, die er drauf hat, eine produktionsstarke, gute Stadt zu gründen, auf der Innenseite, auf der Innenküste, also wenn er von der Stadtstart aus Richtung Südosten zieht und da für die Flussmündung ist zum Beispiel, eine Stadt hinzusetzen und da richtig gut Produktion zu haben, da Schiffe zu bauen, von denen da loszuziehen, dann ist sein erstes Opfer Maurice und seine Stadt, sprich die Arba und Saladin, die direkt auch an der Küste liegen, nur ein Steinwurf von Holger entfernt und dann mischt Holger Maurice auf. Oder Maurice macht einen Präventivschlag und schlägt vorher schon zu. Ich bin bald sehr gespannt. Also das wird eine ganz knifflige Situation sein, relativ früh in der Partie. Und was eben Einzelnen, die halt drauf haben, halt ein bisschen, habe ich schon erzählt, Spezialeinheit ist das Wikinger Langschiff. Er setzt die Galerie, kann feindliche Küstengebiete plündern, habe ich gerade erklärt, Zivilisten gefangen nehmen, nicht nur Handwerker, auch Siedler beispielsweise und ist in Küstengewässern, also nicht auf den Ozeanen, auf dem Dunkelblauen, sondern auf dem Hellblauen, besonders fix und schnell unterwegs. Und er kann früher als wir anderen, dank der Eigenschaft Knarre, Ozeangeländefelder auch befahren. Das heißt, während bei uns allen anderen diese blauen Gebiete in der Mitte quasi Sperrezonen sind, wo wir erstmal gar nicht reinkommen, wir haben im Prinzip überall so kleine Türen, alles diese hellblauen Korridore, die von der Außenseite hin in die Mitte zur Wüsteninsel führen. Das sind kleine Zugänge, kleine Pässe, Ozean- oder Küstengewässer, Pässe, wo wir uns drängeln werden. Da wollen wir alle durch, wir wollen alle da durch, durch diesen schmalen Korridor, um auf die Wüsteninsel zu kommen. Nur einer nicht, das ist nicht nötig, das ist Holger, der sagt, ach komm, drängelt euch, dann macht euch fertig, trickst euch aus, ich fahre einfach frühzeitig, viel früher als ihr, quer über den Ozean und bin dann schon mal am Ziel und holen wir vielleicht sogar vor euch, schon mal diese Stadt in der Mitte, sammelt die ersten Punkte ein und ihr werdet dann Schwierigkeit nahm, wenn ihr mich einmal da verbarrikadiert habt, mich von der Insel wieder zu betreiben, weil ich bin der Herrscher des Ozeans und der Küste und meine Schiffe machen euch fertig, wenn ihr versucht, wieder auf die Küste loszuziehen. Da müssen wir alle ein bisschen gemeinschaftlich denken und nicht nur auf uns selber, ansonsten wird das ganz, ganz übel enden und ich bin mal vor allem gespannt, wie Maurice sich da verhält. Das sind die Norweger und das ist Saladin, das ist Maurice, das sind seine Araber. Üblicherweise kann man sehr gut als Araber eine Religionssiege einfahren. Religionen werden gegründet mit großen Propheten. Es gibt immer weniger große Propheten im Spiel, als die Anzahl der Spieler da ist, aber als Araber weiß man, der letzte große Prophet, wenn man sich vorher nicht so schon eingeholt hat, der landet immer bei einem selber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Maurice eine Religion gründet, liegt bei, lass mich mal grob schätzen, 100 Prozent. Das wird er auf jeden Fall machen. Und dann kommt es darauf an, früher oder später, wie groß die Auswahl ist, noch an Glaubenssätzen und welche er sich dann erholt. Je später er das macht, desto geringer ist die Auswahl und so weiter. Er hat eine spezielle Einheit, noch im Mittelalter, den Marmeluken, der ersetzt den Ritter. Und das ist auch eine sehr coole Einheit, vor allem in der Offensive, wenn er vor Ort steht, auf dieser Wüsteninsel. Der heilt nämlich immer. Und der heilt unabhängig davon, ob er sich bewegt hat oder ob er irgendwas gemacht hat. Er steht da und heilt. Üblicherweise heilt man nicht so schnell. Man muss passiv in der Gegend stehen, man muss sagen, ich tue jetzt mal gar nichts und dann heilt man beim Rundenwechsel aus. Maurice hat das nicht nötig. Maurice hat Heilfleisch und über ein Gedreck, das an seinen Marmeluken, sie heilen immer. Das ist so ganz grob der Überblick über das, was uns hier erwartet. Wann? Freitag. Freitag, der 18. Dezember. Live auf Twitch bei den Bohnen. Live auch bei mir auf Twitch. Ich habe eben erzählt, meine Perspektive von mir gestreamt. Und ich mache auch VODs davon, also Videoaufzeichnungen, wo ich meine Perspektive im Nachhinein bringe. Die wird es dann danach auf meinem YouTube-Kanal geben. Start ist dann, Videostart am 20. Dezember. Und ich blende euch noch ein paar Dinge ein. Ich blende euch, falls ihr euch nicht so gut mit Civ auskennen solltet, falls ihr euch noch ein bisschen weiter informieren möchtet, mein Crashkurs ein. Das ist ein kompaktes Tutorial-Video, also kompakt für Civ-Felden. Es ist immer noch stolze 40 Minuten lang, aber ihr lernt dabei sehr viel über Spielen. Danach seid ihr relativ firm. Crashkurs. Schon 200.000 Leute haben sich das angeguckt und vielen hat das sehr geholfen. Dann blende ich euch ein, noch eine Playlist oder zwei auf meine Let's Plays. Auf Gottheit, allerdings nur gegen die KI. Und ein Mitschnitt meiner Civilization Weihnachtsfeier vom letzten Sonntag. Da hat auch der Eisdrager uns eine Karte gebaut, der Writing Bull Community. Ich habe mit anderen Civern, mit wechselnden Civern aus meiner Community zusammen mit immer anderen 3 gegen 3 gespielt, hatten eine schöne, gute Zeit zusammen, hatten das zusammen mit 2K Games gemacht und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und den Abo-Knopf blende ich euch auch ein. Wenn ihr mal selber mitmachen wollt und selber mal eine Karte spielen wollt, die der Eisdrache macht, möchtet ihr? Wir haben bei uns im Community-Forum community.writingbull.de oder civilization.writingbull.de Da macht unser Eisdrache einen monatlichen Wettbewerb und für den die Karten. Das heißt, Spiel des Monats. Machen jeden Monat 40, 50 Leute mit. Das ist ein Singleplayer-Wettbewerb, wo man je einmal pro Monat eine coole Karte bekommt von dem Rocket Beans-Kartenersteller in unserer Community gebaut und gebastelt. Und das sind nie so 0815-Karten, immer handgemacht mit ganz besonderen Aufgaben und Challenges, die man absolvieren muss. Und da kann man sich im Singleplayer-Modus halt messen mit anderen und versuchen, mehr Punkte zu bekommen als die anderen bei diesen ganz speziellen Aufgaben. Und all das verlinke ich euch auch in der Textbeschreibung auf YouTube. Hier direkt darunter könnt ihr all diese Dinge finden. Und ansonsten, ich streame im Augenblick im Lockdown quasi täglich ganz viel Humankind in Civilization Herausforderer, ganz viel Zipf auch und all die anderen schönen Strategiespiele. Ich bin sehr gespannt, wie es bei den Rocket Beans läuft und freue mich total drauf. Macht's gut. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Habt viel Spaß. Bis dann.